Ich heiße Mark Kaplan und es ist mein Covid und vergnügen, sich zu beteiligen in der Mameloschen Festival für Schafflichkeit bei Freuen auf Jiddisch, untergestützt von der jüdische Kunst- und Akademische Versammlung von South America, die Jiddisch Arts and Academics Association of North America, Jana. Auf dem Hierarchenfestival, wird man sich zuhören und sich beteiligen in Diskussionen wegen die wichtigsten Ideen, die vorliegen, auf der jüdische Gass und auf der Welt Beklau. wird man behandeln Themen so wie Rassismus, Feminizm, die Verwandlung von Meme, Hemschech zwischen die Däueres auf Jiddisch, vergessene freuische Künstlers und Schreibers, untergeführt von die wichtigsten und interessantsten schafferischen Forschern und Aktivisten auf der jüdische Gass. A reingerechnet meine Chabertes Emilia Glazer, Abby Stein, Sosja Fox, Miriam Trin, Shebezucker und Achern Achern Hoviv, unser Jana Mazurkiewicz-Maisarosch. Ich begrüße euch und ich wünsche euch alle Hartzloche, Bröche und jüdische Schafferischkeit, Haarjahr und jedes Jahr. Ein größen Dank!